Herzlich Willkommen im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Der Schneeberg, die höchste Erhebung des Fichtelgebirges, begrüßt Sie aus luftiger Höhe. In unserem Landkreis erwartet Sie Natur pur und für den, der Sie sucht, Ruhe. Für jeden Geschmack, ob Wandern, Radfahren oder Entspannen, findet sich das passende Angebot. Untertitelung des ZDF, 2020 Es wird Ihnen bestimmt nicht langweilig werden, da der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge wirklich alles bietet. Musik 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 Probieren Sie es doch einfach mal aus. Man findet immer etwas, das einem Spaß und Freude bereitet. Musik 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 Servus und auf Wiedersehen bei uns. Musik 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 Musik